Hallo an das Kollektiv der Widder und all diejenigen, die den Widder im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia und ich darf für dich jetzt die Karten legen für den Januar zum Thema Liebe und Beziehungen. Ja, diese Legung ist eine Legung, die ich hier auf dem Kanal jeden Monat mache. Also jeden Monat gibt es hier eine Liebes- und Beziehungslegung für dich und eine andere Person. Ob das jetzt in der Liebe ist oder ob das jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist oder vielleicht auch eine familiäre Beziehung. Schau einfach auf welchen Bereich das für dich resoniert. Ich muss auch noch mal ganz vorab sagen, dass ich aktuell nicht auf der Höhe bin, weil ich mich Weihnachten tatsächlich verletzt habe und mir irgendwas sehr gezerrt habe. Ich kann es nicht genau definieren, aber deswegen gibt es diese Legungen tatsächlich gerade ein bisschen später als ursprünglich geplant, weil ich mich in den letzten Tagen schonen musste. Also seht es mir ein bisschen nach, dass ich ja vielleicht nicht auf der auf der größten Höhe gerade bin. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Also das einmal vorab. Wir gehen rein mit dem Seelenreise Tarot. Das verlinke ich dir wie immer unter diesem Video. Hat sich fast gereimt, oder? Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie die Energien stehen für dich und eben eine andere Person. Falls du den Widder in der Sonne, im Mondzeichen, im Aszendenten oder auch in der Venus hast. So, bekomme ich bitte einmal die Energien hier für die Widder. All die Widder, die gerade am Start sind. Und was wir als erstes machen, ist, wir gehen rein in das keltische Kreuz. Und da kommt das Stopp auch schon. Das war deutlich. Wir gehen rein in das keltische Kreuz und gehen dann in die Erweiterung und schauen uns noch mal, wie deine Person, denn diese Situation wahrnimmt. Aber da gehen wir dann gleich ins Detail. Die aktuellen Energien sind tatsächlich, da muss ich ganz kurz noch sagen, falls ich ein bisschen kurzatmig bin. Ich weiß, ich bin jemand, der grundsätzlich auch schneller redet. Vielleicht auch eine Übung für mich jetzt, ein bisschen langsamer zu reden. Aber dann liegt es tatsächlich an der Rippenprellung oder Muskelzerrung oder was auch immer ich mir zugelegt habe. Tja, habe dann auch gemerkt, man ist nicht mehr 20 und der Körper will nicht mehr so wie mit Anfang 20 vielleicht. Okay, lassen Sie mal reingehen in deine Energien. Jetzt hier genug gerechtfertigt. Oh wow, okay, für die Widder sehen wir erst mal eine anstrengende Energie in einer Partnerschaft oder Beziehung. Es gibt hier gefühlt mentale, emotionale oder auch körperliche Belastungen. Das kann zum einen daran liegen, dass vielleicht jemand ein bisschen viel arbeitet. Vielleicht bist du oder die Person, mit der du es zu tun hast, nur überarbeitet und diese Belastungen, die fließen jetzt hier mit ein in diese Partnerschaft oder Beziehung. Und das heißt, wir haben eine etwas anstrengende Energie, wo es auch sein kann, dass du ein bisschen erschöpft bist oder dich mit oder innerhalb dieser Partnerschaft ein bisschen erschöpft fühlst. Vielleicht hast du das Gefühl, ich muss mal irgendwie ein bisschen für Entspannung sorgen, weil das schon auch eine Karte ist. Da trägt man sehr viel mit sich rum. Ja und hier haben wir dann auch schon den Grund. Hier sehen wir jetzt als nächste Karte die 5 der Schwerter. Und ich packe es mal so hin, wie es sich gehört im keltischen Kreuz. Da haben wir die Energie von, was ist denn die Herausforderung? Naja, die Herausforderung kann sein, dass vielleicht jemand hier nicht sehr empathisch ist oder vielleicht auch das Gefühl hat, vielleicht hast du das Gefühl, die andere Person ist nicht empathisch, nicht verständnisvoll. Jemand möchte Recht haben um jeden Preis, gewinnen wollen um jeden Preis. Da ist also nicht wirklich ein Zusammenkommen, da ist nicht ein Kompromisse finden hier. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch schon Sinn macht mit den 10 der Stäben, die wir hier haben. Dass eben diese Beziehung, in der du gerade bist, recht belastet ist, aufgrund dessen, dass die Herausforderungen die 5 der Schwerter sind. Konflikte, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kann keine Lösungen finden. Lass uns mal schauen, aus welcher Energie kommst du denn hier? Der Neuanfang in der Vergangenheit. Also in der Neuanfang hast du hier mit deiner Person, entweder ist diese Person gerade jemand, der oder die ist neu in deinem Leben oder es gab einen Neuanfang mit dieser Person. Gefühlt, wenn der Narr hier ist, der Narr ist im Prinzip auch immer so eine Energie von die Welt und der Narr gehören im Prinzip zusammen. Weil der Narr sagt, dass hier eine neue Reise stattgefunden hat. Vielleicht bist du umgezogen, vielleicht hast du tatsächlich eine Reise getätigt hier, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Eine neue Reise ist hier losgegangen, wo erst mal mit dem Narrenmann sagen muss, man hat da ein recht großes Potenzial. Und das sehen wir hier. Aber aus irgendeinem Grund hat es halt sich dieser Neuanfang, den wir in der kürzlichen Vergangenheit sehen, recht schnell in Belastungen entwickelt. Lass uns mal gucken, was dein Fokus ist hier. Ja, mit dem Magier, den wir hier haben, bist du da gerade bei, einen Neuanfang zu manifestieren. Wir sind also immer noch nach wie vor in dieser Neuanfangsenergie und ich habe das Gefühl, dass du grundsätzlich sehr lösungsorientiert bist und sagst, okay, jetzt schauen wir mal, in welche Richtung oder worauf fokussiere ich jetzt meine Energie, was möchte ich jetzt wirklich aufbauen und in welche Richtung geht es jetzt irgendwie weiter. Der Magier lässt also etwas Neues entstehen. Das heißt, du bist sehr in dieser Energie fokussiert auf, ich möchte etwas Neues entstehen lassen hier. Grundsätzlich erst mal eine sehr positive Energie. Jetzt lass uns mal schauen, wie das emotional bei dir aussieht, der Turm. Auch wenn wir diese Neuanfangsenergie haben, ich habe das Gefühl, mit dem Turm fühlst du dich recht zerschüttert oder erschüttert oder am Boden zerstört. Der Turm ist eine schwierige Energie, gerade auf emotionaler Sicht haben wir hier wirklich diese Energie von Zusammenbruch, Zerstörung, etwas Altes fällt weg, Dinge, die sich anders entwickelt haben, als erhofft. In der Essenz möchte der Turm dich befreien von Dingen, die nicht mehr zu dir gehören oder von Dingen, die jetzt sich verändern müssen. Der Turm ist also immer auch etwas, was gefühlt göttlich geführt ist. Es ist jetzt also am richtigen Zeit, etwas umzustrukturieren, etwas zu verändern, vielleicht etwas loszulassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit dem Turm einfach als Hauptenergie. Und das sehen wir hier ganz stark, auch wenn du gefühlt versuchst, positiv zu bleiben. Du versuchst, auf die positiven Dinge zu fokussieren, etwas Neues entstehen zu lassen in deinem Leben. Vielleicht geht es auch wirklich darum, dass du sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt auf einen Neuanfang. Vielleicht auch erst mal zurückgezogen von dieser Person. Auch das könnte sein. Gerade mit dem Turm, den wir hier haben. Also es fällt hier irgendwas gefühlt auch weg. Der Turm sagt mir auch immer, dass du mit den harten Tatsachen der Realität konfrontiert bist. Und das sehe ich hier gerade. Da ist gerade, auch wenn wir einen positiven Ansatz haben, wie du fokussiert bist, du bist doch auch recht energetisch, ja, ich sag mal, am Boden hier. Leider mit dem Turm. Wie entwickelt sich die Situation in der nahen Zukunft? Hier haben wir die Acht der Münzen. Und ich muss die Karten einfach mal ein bisschen weiter rüberpacken, sonst kommen wir hier gleich mit dem Platz nicht mehr hin. So, Moment. Zap, zap, da haben wir es. Ja, die Acht der Münzen. Hier wird Arbeit reingesteckt in eine Angelegenheit. Normalerweise sagt mir die Acht der Münzen, dass du in irgendeiner Angelegenheit auch recht, ein Experte geworden bist. Also, vielleicht hast du es mittlerweile gelernt hier, gut dich durchzunavigieren durch diese Situation oder diese Situationen. Vielleicht hast du, also gerade für dich persönlich, kann das wirklich bedeuten, dass du sehr viel persönliche Weiterentwicklung gemacht hast. Und hier wirklich mittlerweile an dem Punkt bist, wo du auf gewisse Art und Weise vielleicht ein Experte in Beziehungen bist oder was die Emotionen angeht oder Situationen, die sich beziehen auf deine Beziehungen generell oder diese Beziehungen. Also, das sehe ich zum einen hier. Da ist jemand, der ist ein Experte. Vielleicht holst du dir auch Hilfe von einem Experten. Auch das könnte natürlich sein. Auf der anderen Seite wird hier aber noch mehr Arbeit reingesteckt. Also, von daher, du steckst hier in eine Angelegenheit mehr Arbeit rein und all dein Können, um dir Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Und ich denke, das ist definitiv das, was in dieser Angelegenheit fehlt, die Stabilität und Sicherheit. Du bist hier, gucke mal, wir haben hier, die Karten muss ich jetzt ein bisschen schräg hinlegen. Wir haben in deiner Energie die zwei der Kelche. Ich habe das Gefühl, du bist grundsätzlich jemand sehr versöhnlich. Du möchtest zusammenarbeiten mit deinem Partner oder mit der Person, um die es hier geht. Ich sehe hier wirklich also jemand, der, wie gesagt, das ist deine Energie. Ich sehe da wirklich jemanden, der sagt, okay, hier, komm, wir packen das gemeinsam. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an dieser Situation. Und ich habe das Gefühl, du bist sehr quasi fokussiert auf diese Beziehung oder Freundschaft oder Partnerschaft in deinem Leben und bist sehr fokussiert, das Ganze harmonisch weiter voranzubringen. Vielleicht auch deswegen der Magier, auch wenn hier etwas vorgefallen ist, gefühlt, was doch auch recht erschütternd ist und eine große Belastung für dich darstellt. Aber das macht auch schon Sinn, weil wir natürlich hier die Acht der Münzen haben. Die Acht der Münzen könnte auch darum gehen, dass du vielleicht an deiner Eigenständigkeit, an deiner Selbstständigkeit ein bisschen arbeitest. Lass uns mal schauen, die Person hier, mit der du es zu tun hast, Bube der Stäbe. Bube der Stäbe könnte sein, dass das vielleicht eine jüngere Person ist oder eine Person ist, die noch nicht so viele Erfahrungen hat oder dadurch auch jemand ist, der ein bisschen unreifer ist. Muss nicht per se für jeden sein. Ich gehe in die verschiedenen Aspekte rein. Das ist quasi die Energie, die deine Person mit reinbringt. Also entweder dieser Aspekt von jemand ist jünger, unreifer oder unerfahrener, was eine Situation angeht. Wir haben hier jemanden, der möchte entdecken. Jemand, der möchte neue Erfahrungen machen, der möchte Spaß haben. Wir haben jemanden, der hat hier vielleicht ein neues Hobby oder ist recht offen und spontan und ist so ein kleiner Flummi. Für mich sind die Buben der Stäbe immer so ein kleiner Flummi. Hey, und da entdecken und hier und was ist das, was ist das? Warum, warum, warum? Warum Kinder? Also wirklich jemand, der sehr interessiert ist grundsätzlich an der Welt und an den Dingen, die er oder sie für interessant hält. Und das ist ein Aspekt, den ich hier ebenfalls sehe. Abgesehen davon, dass es ein Feuerzeichen sein kann oder jemand, der sehr feurig ist, also wie der Löwe Schütze oder eben jemand, der grundsätzlich sehr feurig ist. Es kann auch sein, dass deine Person dir hier in Bezug auf die Situation ein Angebot macht, wo du sagst, okay, das ist ein interessantes Angebot, das schauen wir uns mal an. Auch das wäre möglich. Deine Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Ja, entscheide du, ob das für dich eine Hoffnung ist oder ob das für dich eher eine Angst ist. Wir haben hier die Acht der Kelche und die Acht der Kelche sagt mir, dass man eine Situation hinter sich lassen möchte, die nicht mehr so glücklich machend oder erfüllend ist. Und vielleicht hoffst du, dass du in der Lage bist, dich aus dieser Situation zu befreien und von dieser Situation wegzugehen, weil da doch schon einige Belastungen sind. Auch wenn ich sehe, du möchtest grundsätzlich schon harmonische Partnerschaften führen, auch mit dieser Person. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist das machbar? Ja, hier wird an mehr Stabilität gearbeitet. Entweder arbeitest du an deiner Unabhängigkeit und an deiner persönlichen Stabilität oder es bezieht sich auf diese Partnerschaft und Beziehung. Und vielleicht hast du aber auch Angst, dass quasi deine Person diese Situation verlässt. Oder vielleicht ist deine Angst, dass du diese Situation hinter dir lassen musst. Oder es ist deine Hoffnung, dass man vielleicht die Sachen aus der Vergangenheit hinter sich lassen kann. Aber hier geht es quasi um ein Loslassen. Um ein Loslassen, um in die Wunscherfüllung zu gehen. Also man muss etwas hinter sich lassen. Das könnte auch eine Reise oder ein Umzug wieder sein. Aber du hoffst, okay, vielleicht ist das das, was, wenn ich das loslasse, was dann zu meiner Wunscherfüllung führt. Was auch immer deine Wunscherfüllung, sag ich mal, ist. In der Essenz kann deine Wunscherfüllung hier quasi mit den Achterkelchen auch bedeuten, dass du eigentlich nur friedlich und zufrieden sein möchtest und einfach nur Ruhe haben möchtest, die hier aktuell gerade nicht so wirklich gegeben ist. Also könnte das auch sein, hey, okay, wenn ich dies oder jenes hinter mir lasse, was entweder die Beziehung an sich darstellen kann oder einen Teilaspekt in der Beziehung, dann komme ich hier zu meiner Wunscherfüllung. Dann komme ich endlich wieder in den Frieden. Lass uns mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Oh, guck dir das an. Ist das nicht krass? Hier haben wir die acht, die neun der Münzen liegen und das ist krass insofern. Schubsdiwups, legen wir das hier nochmal ein bisschen so ordentlich hin. Das ist krass insofern, weil das das ist, worauf du arbeitest. Also wir sehen hier tatsächlich eine Entwicklung. Das ist das, was in nächster Zeit auf dich zukommt. Das ist das, wohin es geht. Also von den acht Münzen in die neun Münzen rein. Das heißt, wo auch immer du dran arbeitest, du wirst das erreichen. Wenn der Fokus darauf liegt, an der Stabilität der Beziehung zu arbeiten, dann wirst du das erreichen. Wenn es um deinen eigenen Fokus, um deine eigene Stabilität geht, sich darum geht, unabhängig zu machen, dann wirst du das erreichen. Diese Situation wird sich für dich so entwickeln, dass du wieder hier mit den neun der Münzen Freude am Leben hast. Dass du sagst, okay, jetzt kann ich das Leben genießen. Das ist die harte Arbeit zahlt sich aus Karte, gerade auch in Partnerschaften und Beziehungen, wo man sagt, okay, da wird mehr Arbeit reingesteckt. Hier zahlt sich die harte Arbeit dann aus. Also wir haben grundsätzlich erstmal hier eine recht gute Prognose, wie sich das Ganze entwickelt. Aber harte Arbeit ist nach wie vor notwendig. Am unteren Kartenrand sehen wir noch die Königin der Kelche. Also das Thema emotionale Unterstützung, Empathie könnte etwas sein, was wirklich ein ganz großes Ding hier ist und eine Rolle zwischen euch spielt. Gerade mit dieser Karte, wo man das Gefühl hat, das fehlt vielleicht ein bisschen. Emotionale Unterstützung, emotionale, ja, Empathie ist emotional, genau. Und hier sehen wir aber auch, dass es eine Situation ist, die wirklich sehr, sehr emotional für dich ist. Also Königin der Kelche, die Königin der Liebe. Also da sehe ich schon auch hier mit dieser Karte sehr viel Gefühl, was hier auch noch mit auf den Tisch kommt, aber aktuell einfach extrem belastet ist. Was wir jetzt einmal machen wollen, ist tatsächlich, und ich habe, Moment, muss ich einmal hier rüberholen. Ich habe das Licht- und Schattentarot hier. Und damit gehen wir jetzt einmal in die Erweiterung und schauen uns an, was denkt deine Person über dich? Also wie sieht diese Situation von der Gegenseite aus? Was denkt deine Person über dich? Was sind die wahren Absichten der Person, mit der du es hier zu tun hast, für euch? Was ist die Herausforderung oder Blockade der Person, der du es zu tun hast? Und im Prinzip ziehen wir jetzt nochmal wirklich, wie viele Karten liegen hier? Zehn. Wir ziehen also nochmal zehn weitere Karten, die nochmal in andere Aspekte reingehen. Was fühlt deine Person? Was denkt deine Person? Wo steht deine Person? Was ist die Blockade? Was ist die Herausforderung? Und so weiter und so fort. Und auch nochmal ein bisschen weiter, wie sich das Ganze entwickelt, plus einen Tipp für dich. Und dann habe ich hier auch noch die Sacred Soulmate Cards. Auch damit gehen wir gleich noch rein und ziehen eine Karte und schauen mal, was so die Hauptenergie zwischen dir und der anderen Person ist. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir diese Legung und dieser Kanal weitergeholfen hat und unterstützt, würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt mit einem Kommentar, einem Like oder einem Kanal-Abo. Und unter diesem Video findest du jetzt den Link zu Vimeo oder Patreon, wo du dir die Erweiterung anschauen kannst. Auf Vimeo hast du die Möglichkeit, das Einzelvideo dir runterzuladen auch tatsächlich oder das Einzelvideo eben zu holen und dann runterzuladen auf dein Gerät, falls du das möchtest. Du kannst auch eingeloggt bleiben bei Vimeo und das quasi online schauen. Und bei Patreon hast du die Möglichkeit, mit der Mitgliedschaft dir alle Legungen, die ich hier immer in der Erweiterung hochlade, freischalten zu lassen. Und dir werden dann gleichzeitig auch alle Legungen freigeschaltet von den letzten Monaten. Auch da kannst du dann quasi nochmal zurückschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich in deiner Erweiterung.